Ich kann auch Koppa sagen, kommt auch hin. Ja, Koppa. Koppa. It's more, it's more Koppa. I don't know, it's definitely not golden. I don't know where it should be golden. Maybe this golden ring here is golden, right? Oh yeah, it's basically golden. Okay. Dann fangen wir mal an, würde ich sagen. Leid es abgelaufen. Nicht zwei oder mehr. Okay, gehen wir da einfach mal glatt rein, würde ich sagen. Wir heben uns die Power Dicex für ein Ende auf. Okay. Bloody Stick vielleicht. Bloody Wand. Bloody Wand ist immer gut. Bloody Stick. Bloody Axt. Komm, ich habe schon eine Bloody Axt gecraftet. Kann auch noch eine kürzen. Wir sind jetzt schon mit elf Versuchen durch, ne? Ist jetzt noch nichts. Manchmal kann es aber auch einfach back to back kommen. Wenn man beliebt, wird man auch belohnt. Das ist mein Motto. Und da glaube ich auch Gattensfest dran. Weil ich werde ja nicht von Flight Universe enttäuscht. Können sie ja nicht mit mir machen. Jetzt sind ja auch erst 20 Versuche. 20 Versuche ist ja auch nicht viel. Kann alles noch kommen. Ist ja auch kein Ding so. Ne? Also 25 Versuche ist ja auch noch nicht viel. Wenn man bis jetzt da noch nichts gekommen ist, macht mich jetzt auch nicht traurig unbedingt. Also es wäre schon okay, wenn es halt dann auf einmal mit dreimal hintereinander so halt klappt. Wenn man das jetzt umrechnet, waren es schon ein paar Minder, die wir jetzt durchgedrückt haben. Aber darum geht es ja nicht. Es geht ja um den Spaß, den man hat. Und die Erfolgserlebnisse. 40 Tries. Vielleicht die Hälfte. Okay. So. Macht ja auch Spaß, so. Es geht ja auch nicht immer um den Gewinn. Es geht ja auch um die Sache an sich. Dass das ja unterhaltsam ist. Und Spaß macht. Und man macht das ja auch gerne. So. Schon viel Spaß dabei jetzt gerade. Und finde es ja auch echt lustig. Stalibau? Ne? Jojo? Ne? Jojo? Ja, wie gesagt, am Ende kommt ja alles denn schnell hintereinander, ganz schnell, back to back. So, ne? Das ist Manchmal hat mir halt jetzt auch noch kein Kopf, so. Das kommt halt alles und ist ja jetzt auch nicht so das Problem, denn haben wir noch neun Versuche. Und Ja, ist gut. Wenn ja alles hintereinander kommen. Und ich liebe das Spiel auch und das Spiel liebt ja auch mich. Ja. Es ist ein Glückwunsch an die Gewinner an dieser Stelle. Ich denke, wir sehen uns dann beim nächsten Stream. Ähm in ein paar Jahren angefangen. Ähm. Wo ich mich verabschieden, was mampfen und mich dann wegen Frühschicht so langsam äh ins Bett weinen. Muss mir nur sagen, welches in welches zerstört werden soll. Ne, einfach ab, hm? Ja, gibt's mir noch Pet Food? Ach, ist ja schon. Ist ja schon. Okay. Okay. Alles klar. I got you. Ist ja noch neun. Ja, ist ja okay. Jetzt seid doch nicht so. Mensch, ich bin nicht so schnell nach dem Ereignis. Also so schon nicht schnell. Äh. Und nach dem Ereignis sowieso nicht. Okay. Zerstören. Zerstör ich jetzt. Ne, nein. Ah. Ah, fühle ich jetzt schon, äh, ne 5, 6 oder 7, ne? Ne 5, 6 oder 7. Fühle ich schon. Würde ich dir auch gönnen. Der kommt so hart, ne 1. Also irgendwo, ganz ehrlich, irgendwo muss ja mein Lack auch hin, ne? Also, gerade eben habe ich ja nicht vor Lack gestrotzt, muss man halt sagen. So. Also hat mich jetzt auch nicht wirklich gejuckt oder so. Also. Fand ich jetzt nicht wild. Okay. Okay. Das Lack habe ich jetzt nur für dich aufgehoben. Für deine 7, ja? Ich glaube, ich habe halt kein Glück mehr. Upsi. A good stream, boss. I'll go take a nap. I'll go take a nap, too. In several minutes, seconds. Thanks for your raid, again. A pretty nice die set, by the way. Lass einfach heute. Ja, gut. Okay. Okay. Ja, gut. Vielen Dank.